Freunde, heute habe ich für euch mal wieder ein absolutes Kracher-Race-Gameplay. Damit versorge ich euch auf jeden Fall die nächsten Tage, bis dann zum neuen Act Race wahrscheinlich komplett totgenurft wird. Schauen wir auf jeden Fall mal was wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Runde ist es geworden, Freunde. Insgesamt 34 Kills, aber mehr dazu seht ihr auf jeden Fall im Laufe des Videos. Das Gamble ist wie immer live in meinem Stream auf Twitch entstanden, Freunde. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wird mich mega freuen, euch auch mal im Stream begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Na, mir ist es egal. Ich bin voll verkauft, ich habe nur eine Late in einem Setschen. Ich habe voll getrollt. Ich habe ein bisschen getrollt jetzt. Egal. Let's go. Einer ist Main, einer ist Main. Komplett gewirft, Dicke. Was ist denn da los? Nein, Chem war der Beste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke, Bro. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Der ist irgendwie A9 oder A9. Los. Der macht alles weg. Nein, Schau. Zieht hier einer. I'm strong, I'm strong. Nein, Schau. Ist das, ist das. Er muss ihn haben. Nice. Gut. Upa. Nein, Schau. Nein, Schade. Ich habe das, äh, Trap. 2 auf 3 auf A. Wir können es irgendwie. Let's fight mit. Ich smoke dich auch auf die besten Welt. Was? Ich bin awful, Bro. Ne, ne, ne. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ach, warum? Nice. 30 Sekunden left. Satchel out. Ich habe den übersehen. Nein, ich habe den übersehen. Nice. Let's go. Satchel out. Was war denn er da oben? One enemy remains. He 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 he. Oben. Ich habe Play, ich habe Play, ich habe Play. Come here, come here, come here. Let's fight begin. We have it, we have it, we have it. Ich dachte, ich kann weggehen, Dicke. Er geht hin. Nice, let's go. One here, one here, one here. Ich bin ein bisschen late, Jungs. Trotzdem rein. Stunt, Bro. Einfach entringen, Bro. Einfach entringen. Und blocken. Sorry, I wasn't ready. Nice. Three for me. One enemy remaining. Ah, four. My ult is ready. Nine. I don't want to kill you. Full use help. I have this bike. Just wait, just wait. She's riding. Was, go ahead, was side-satchels auf den? Yeah, okay. 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 Okay, he's the one riding. He's inside. He's twitch. I'm watching his twitch. Wait. Satchel out. 30 seconds left. Main, main. Kuppel flanked. Main, main. I don't want to kill you. He was main. Ich hab getrollt. Ich hab getrollt. Ich bin so scheiße in diesem Spiel, Bro. Ich hab's haben müssen, Bro. Oh mein Gott, Digge. Da kommt irgendein Rayner. Fünf Kills, Bro. Lecker arsch, Digge. Das ist verrückt Da ist der Arsch Ich kann ein U-Dombi Ich kann ein U-Dombi Auf flank Kann ich es auf lane? Ich kann, ich kann, ich kann Mit einer Das ist da auch noch hier Das ist hier mit ab Das ist huge, das ist huge, das ist huge Oh, der hat irgendwie mehr oder weniger geblockt, Digga Was gedacht Let's go, come on, come on, come on Let's go Kannst du jemanden First way first Ja, das ist irgendwie wieder saving Bro, der Typ ist so ein Hänger, ne, das ist verrückt Komm rein, wenn du willst, let's go Oh, oder Wochenlash So Leute One more, one more in the corner, one more in the corner Yes Wurde ich keiner mehr aufs side, oder? Eine Steelshirt Hä? What spiele ich hier? Das ist fatal. Das ist wirklich fatal. Ich flash dann den. Ich flash im Genre. Renner ist auch noch aufside irgendwo. Wo? Raus Seven, Raus Seven. Heaven out. Bro, geht einfach durch. Was machen die, Bro? What the fuck? Okay, pass auf, pass auf. 6-6 ist ultra gut. Der Jack geht 2-11 und der Renner ist 5-9. Das verlieren wir nicht. So, auf geht's. Schauen wir, guck mal was. Mhm. Spike down A. Okay, sorry, das ist besser. Ich hau 2-1, 2-1. Both there, both there. Wir gehen, das ist besser. Ja, egal was, macht die auch. Aua. 1-87, auf Renner. Boah, dieses Aris-Gameplay, ne? Der Main, der Main ist gestatt. Defuse, defuse. Wir können chest up. Und set. Oh, defuse, defuse, defuse. Oh, defuse, defuse, defuse. Oh, defuse, defuse. Er soll 10 mal sticken, Bro. Mach gar nix. Oh, gut, eco. Ja, ja, ja. Ich hatte schon onside. Was ist das so? War der Breach onside? Kein, nonno, Bro. No, kein Zett. Oh, kein Zett. Der ist die Bangehane, was ist das? Der ist ein Bangehane, was ist das? Boah, ist... One enemy remaining Nice, besser Meine beiden Mausfits waren gerade übereinander gestaufelt Perfekt, Digga, klingt gut Nice man Kommt die Maid, wenn ich hier so drüberwerfe? Ich weiß nicht Ich seh nichts, Bro, ich seh gar nichts Bro, wo bin ich, hä? Was ist das, was ist das? Ich seh, ich seh Anna's onside One under, one under Close, hier Main, okay One under Spike onside Spike onside Still in main Beautiful wobbing Bede vorbohr Hach? Mane Hinten Hinten Mane Sparer 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 Hinten Shower Sparer Aufs Besser Wie raus So Vielleicht eine Lane Ja ja ja, eine Lane, Render Slime Eine Main, eine Lane Nice shot Out of charge Go get the gun Na, ult nicht, ult nicht Ich weiß nicht, brauche ich Ja, das geht weg Oh my god, bro Das Timing Nice, super Ja ja, das ist noch Zeit, Bro, Achtung Only one, only Omen Trennest auf mich Trennest, careful No? Hä? Oh, nevermind Let's see, wo Omen ist Ist der Main? Ja, ist der Main Hast du? Oh my god Good play team Let's go, let's go Jungs, let's go Oh my god I'm R.O.P Nice Let's rotate, let's rotate, guys Chill, 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 chill Let's do time Last Slayer standing Und Reveal Und Reveal Und Reveal Und Reveal Ja, Reveal Nevermind Ja, ist mein Fuß Ist mein Fußhester, Bro Stark, 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 stark Der Beste, Bro Jett Minus 80 Stark, Bro 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1 Side Omen ist Omen ist Under oder so, da ist irgendwo draus Oh Können wir mal nicht piefen No Niko Gaming 34 Kills HD Gaming Ich hab gesagt, wenn du nichts ohne noch ein Kill machst, nimmst du dich einfach in-game Niko HD Gaming Wenn ich nächstes Mal nur noch einen Kill mache Wenn du nicht 134 Kills machst Wenn du nicht 134 Kills machst Dann sehe ich dich dann